Die können auch gefährlich sein. Manchmal die essen sogar kleine Schlangen. Also sind bekannt auch, die haben auch starken Gebiss. Also wenn man sieht, die haben so die Zähne, die haben auch die Zähne von Fleischfresser. Und die können auch so kleine Schlangen essen. Ja, wir sind bereit, die Zähne von Fleischfresser zu kommen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.